Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied. Moin Leute, so, Feelings, wir haben gerade großen Streit gehabt hier in der Firma, weil die Skinny-Jeans ist vorbei. Die Skinny-Jeans ist out. Wer in meinem Alter ist und Kinder hat und nicht zu Hause angespuckt werden möchte von der Brut, der verbrennt im Garten. Bitte die Skinny-Jeans ist vorbei. Wir haben recherchiert, Baggy-Jeans ist jetzt angesagt. Stell dir mal vor, du hast an jedem Bein rechts und links steigst in so einen Müllsack, in so einen blauen Müllsack rein. Dann hast du, wenn du dir das jetzt vorstellst, das ist Jeansstoff, dann hast du eine Baggy-Jeans. So, das war jetzt einfach, das war der Service-Teil. Wir haben ja jetzt ein Service-Teil auch hier bei Praxis Gesundheit. Baggy-Jeans, auf jeden Fall vorteilhaft, wenn man Thrombose hat. Zieht euch schön, holt euch, zackt euch mal schön eine Baggy-Jeans. So, ich bin fix und alle, ich habe heute gedacht, wirklich kein Spaß. Ich habe mir gedacht, ich habe einen Herzinfarkt heute. Ich habe mir einen Kaffee gemacht und habe dann heute Morgen und kriege so ein Stechen, wo ich echt stehen geblieben bin, drei Sekunden lang und dachte, scheiße, jetzt bist du tot. Jetzt musst du nochmal anrufen und denen sagen, letzte Folge war denn die von letztem Mal. Also die werden wir heute gar nicht aufzeichnen, sondern das haben wir schon im Kasten. Da brauche ich gar nicht mehr kommen, ich bin nämlich jetzt tot. Und dann war das, ich glaube, es war ein Hexenschuss, aber so oberhalb, also auf dem Rücken. Aber oberhalb der Brust, wenn du dir jetzt schon mal vorst, du hast deine Brust auf dem Rücken, denn genau in der Ebene. Warum? Ich mache Sport, ich ernähre mich gesund, ich stehe morgens früh auf und sterbe jetzt an Herzinfarkt. Ich habe nachgegoogelt und sofort Herzinfarkt. Also eigentlich sofort ins Krankenhaus und ich dachte, komm, wir auf jetzt mit dem scheiß Internet, das geht mir so auf den Sack. Das ist echt, google mal nach, Pickel am Arsch. Steht bei Google Herzinfarkt, sie haben nur noch drei Stunden zu leben, sie sind so gut wie tot. Und dann gehst du zum Facharzt, der guckt sich das an und sagt, ja, Digi, du hast einfach einen Pickel am Arsch. So, alle Themen heute, die mich persönlich, Herzinfarkt, Baggy, Jeans, Kine, überhaupt nicht interessieren. Das ist völlig, geht in zwei Richtungen. Euch mag das interessieren, ich finde das scheißend langweilig. Ich habe nämlich, ich bin auch ein bisschen, ich bin schlecht drauf, weil ich, also schlafen, weil ich habe gestern eine Stratifizierung schon hinter mich gebracht. Und habe heute Morgen, denn nach dem Herzinfarkt, dachte ich, mach noch was Sinnvolles, bevor du in eine Kiste hüpfst, auch noch mal eine Stratifizierung hingelegt. Was guckt ihr jetzt mich so komisch an? Eine Stratifizierung. Kaltkeimer, sagt euch das was? Kaltkeimer, wenn man Kaltkeimer hat, muss man stratifizieren. Das ist, ähm, Apfelsamen habe ich, äh, 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 zum Keimen gebracht. Und die, 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 die Stratifizierung, hi, oh, dass ich das alles erklären muss, ist wirklich, also... Lass mich doch ruhig heute ein bisschen klug scheißern, ich lebe noch, ich, ich lebe, ich bin, ich bin noch da. Ja, wenn man Apfelkerne zum Keimen bringen möchte, muss man die in Zeberrolle machen, äh, nass machen, ansprühen und dann musst du die für vier Wochen in den Kühlschrank stellen und dann keimen die nämlich, äh, das sind Kaltkeimer. Ja, Stratifizierung heißt das. Und das habe ich, das habe ich, ich habe, ich habe eigentlich einen Samen geschürft bei mir jetzt. Ich habe alle, ich habe jetzt meine Mangos, die Mango ist, äh, habe ich schon mal drüber gesprochen hier, die ist jetzt, die ist gekeimt. Ich habe Apfelsamen, ich habe Zitronenbäume, ich habe drei Zitronenbäume, kann man mal die Fortsetzung machen von Kila Ramadan. In Berlin wachsen jetzt auch Zitronenbäume, wenn keine Orangenbäume wachsen. Bei mir wachsen jetzt Zitronenbäume, äh, eine Mimose habe ich, ich weiß nicht, ob das die war, die ich heute der Stratifizierung, ähm, unterzogen habe. Äh, ich weiß, auf jeden Fall, ich habe ganz viele Bonsai-Samen gesät, die muss man in heißes Wasser, heißes, wusste ich auch nicht, heißes, also kochen mit Wasser, abkühlen lassen zehn Minuten und dann da in eine Schüssel die Samen rein, dann müssen die erstmal 24 aufquellen, 24 Stunden aufquellen und dann, äh, ein Zentimeter in Kokoserde, Kokoserde, ganz wichtig, äh, 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 tun und dann, äh, fünf, sechs Wochen, das ist das Geile, da ist das, da lernt man so ein bisschen Demut, äh, 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 kennen, wieder was Zeit angeht, das einfach, du packst das da rein und dann kannst du dich fünf Wochen, kannst du dich dann vor diese, vor diese Saatschale, äh, setzen und warten und dir ein zweites Loch in den Arsch freuen, wenn da was rauswächst, ist auf jeden Fall, ähm, sehr zu empfehlen. So, was habe ich, ich habe alles vergessen, was ich heute gesagt habe, ich wollte, ich habe nur, weil ich jetzt raus war, Kokoserde, habe ich gesagt, Kokoswasser steht auf dem Tisch. Ich weiß natürlich wieder nicht, wer heute kommt, ich weiß nur, dass, äh, der, sie, äh, ähm, Kokossaft trinkt und da habe ich heute gesagt, ab heute wird hier bei Feelings für Niedrigen geteilt, ganz einfach. Da wird ja nicht diskutiert, hier wird geteilt. Falls ihr Fragen habt zur Stratifizierung, einfach mal, wir kriegen auch keine Fanpost mehr oder was? Oder wird das nicht zugeteilt? Oder ist das alles nur böse? Sind das nur Hassnachrichten? Ja, die gute Nachricht ist, wir haben Fanposts, die schlechte ist, 5000, äh, Hassbriefe. Also, egal, aber ich merke schon, dass, ich merke diese einseitige Art hier, dass ich gebe immer und kriege aber nicht von euch. Das ist immer harm, ich höre immer nur harm, harm, harm. Ach, meine Skinny-Jeans klemmt mir den Blutzufluss nach oben ab. Ist egal. Hopsa sieht gut aus. So, Leute, los geht's! Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, eigentlich alles wie immer. Und nun, herzlich willkommen zu Kurt Krömer Feelings. Hi. Hallo. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, dass du es nicht weißt. Du bist die Tochter von Jördis Triebel. Oder? Ist so. Wir sind uns schon begegnet, haben auch Beweisfoto gemacht, weil alle sagen, dass wir uns so ähnlich sehen. Du bist deiner Mutter nur einmal begegnet. Ist das krass? Ist das ein Aas? Oder? Aber wer bist du denn? Äh, Laura Larsson. Oh, da hab ich schon mal gehört. Da hat Klingels kurz. Larsson? Kannst du nicht wissen. Ich sag immer Radio-Gesicht und Podcast-Körper hab ich. Und deswegen kennt man vielleicht die Stimme, aber nicht das Antlitz. Was für ein Podcast machst du? Wenn das irgendwas mit Mord ist, hab ich das nie gehört. Nee, 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 nee. Ich hab Angst davor. Der heißt zum Scheitern verurteilt. Vielleicht kennst du aber noch Herrengedeck. Da hast du mich mal unser Intro gesprochen. Ja, das kenn ich. So. Ja, klar. Gibt's das noch? Nee, das haben wir fünf Jahre gemacht und das ist vorbei. Warum? Ja. Streit. Oh Gott. Nee, nicht Streit, aber tatsächlich wollte die Kollegin einfach was Neues machen nach fünf Jahren Podcast und ich aber nicht. Deswegen hab ich einfach einen neuen Podcast gemacht. Ich mag das hier mit dieser ostdeutschen Etagere. Etagere. Du bist die Erste, die wisst, wie das heißt. Ja. Oder eben, ich weiß gar nicht im Osten, ob man Etagere gesagt hat. Ich glaub nicht. Telegebäckständer. So. Und da sind Süßigkeiten drin? Bei uns im Westen, wir sind natürlich was bessere gewesen, bei uns hieß das Etagere. Nee, bei uns hieß das auch Telegebäck. Telegebäck, kennst du? Nö. Gibt's in so ne Plastikbox, wo lauter so kleine Fächer sind für die Fischchen, die Cracker. Ah, so wie so ne Snackbox halt. Telegebäck. Weil mehr. Tele. Ja, also für Television gucken, Telegebäck und bei den Leuten, bei denen es richtig lief, die hatten oben Telegebäckstände. Ja, und so einer steht hier voll mit Süßigkeiten. Benimm dich. Benimm dich. Ich würd so ein Nappo nehmen, der hatte ich ewig nicht. Ja, benimm dich ist auch okay. Sag mal, ich hatte er immer. Bedien dich. Benimm dich sagt er immer, wenn er Tschüss sagt. Okay, haben wir das jetzt geklärt mit deiner Kollegin? Also ihr habt einfach die Schnauze voll, ihr habt von euch beiden ohne Streit. Ja, so vielleicht. Ja? Und was machst du jetzt? Jetzt mach ich einen neuen Podcast. Schon seit, aber schon seit, naja, schon seit zwei Jahren. Ja. Ich denke mal, ich mögen Leute gerne, weil man isst am Mikrofon. Ich hab Angst vor den Nappos, weil das zieht mir ja jegliche Blomben aus. Ja, ja, genau. Das zieht mir das Gebiss raus. Mhm. Mhm. Die Leute hassen das, wenn jemand isst beim Podcast, aber weißt du was, mir ist das scheißegal. Ja, aber du bist aber auch ein provokanter Mensch. Wieso? Ich bin People Pleaser, ich will, dass mich alle mögen. People Pleaser ist auch. Und dir ist das egal. Können wir das auch bei Feelings reinknallen in die Shownotes? Das ist ein People Pleaser-Ding. Ich bin ein People Pleaser. Ich will den Leuten gefallen. Benimm dich. Benimm dich. Äh, bedien dich. Entschuldigung. Benimm dich, besser dich, sei People Pleaser. Ja. Und was ist das jetzt für ein Podcast? Ähm, ein Laber-Podcast auch. Ja. Wir erzählen uns. Ich besonders, ich bin mir sehr viel froh, ich möchte immer sehr doll besserer Mensch werden. Klappt nie. Ja. Und darüber reden wir. Und Menschen mögen das, weil viele Menschen scheitern. Ja, klar. Aber das Internet so tut, als wenn das gar nicht so wäre. Nee, natürlich nicht. Also wie meine, Kontrastprogramm. Bei Insta sind wir ja perfekt. Mhm. Genau. Reine Haut, alles, keine Falten. Richtig. Ich zum Beispiel bin 84 Jahre alt. Ich sehe aus wie 49. Mhm. Weißt du? Ist ja gelogen. Mhm. Und jetzt scheiterst du jede Woche quasi für eine Stunde. Ja, wir scheitern jede Woche. Und jeden Mittwoch geben wir Tipps raus an Menschen, die auch scheitern. Die können uns eine Mail schreiben und sagen, guck mal, ich wollte Dings, Hula Hoop wollte ich lernen, klappt gar nicht. Und dann kommen wir. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Mach auch weg den Ring. Und das heißt Ratschläge von Menschen, die selbst keine Ahnung haben. Und wir sind die Menschen, die keine Ahnung haben und geben halt ganz schlechte Ratschläge raus. Das ist aber gut. Das ist nicht so klugscheißermäßig. Genau. Ja, dann musst du halt die Ernährung umstellen. Wenn du jetzt ein bisschen dicker geworden bist, musst du dich halt gesünder ernähren. Also so nicht. Pass ich nicht. Sondern einfach, ich bin zu dick geworden und dann sagt ihr. Kaufen wir nochmal größer. Ja. Oder isst noch mehr. Mhm. Wenn es Spaß macht, passt. Mhm. So. Finde ich gut. Finde ich auch gut eigentlich. Wie heißt der Podcast? Zum Scheitern verurteilt. Okay. Griffiger Titel. Höre ich überall. Kann ich überall hören, meine ich. Kannst du überall hören. Sehr gut. Und wie heißt die Kollegin? Nee, ist ein guter Freund, Simon. Achso. Mein bester Freund, Simon. Wir sind von Radio eigentlich miteinander. Wo? Seit welches Radio? Fritz. Fritz? Wir waren bei Fritz. Ist doch RBB. Ja, ja. Das ist ja, da war ich ja auch mal. Vielleicht hast du das mal mitbekommen. Ja, weiß ich doch. Und da hatten wir in der Sonntagssendung zusammen, die beste Uhrzeit, die du dir vorstellen kannst, sechs bis zwölf. Am Sonntag? Sechs bis zwölf hatten wir. Das ist doch scheiße. Wir hatten sich das ausgedacht. Ja, weiß ich nicht. Und da haben wir uns kennengelernt und gemacht, was wir wollen. Da kannst du ja wirklich machen, was du willst. Da kannst du machen, was du willst. Interessiert keine Sau. Wer hat denn dazugehört am Sonntag um sechs? Na, so Taxifahrer, die irgendwen zum Flughafen gebracht haben. Aber nur Taxifahrer. Und die Leute, die morgens um sechs sie schon fertig gemacht haben für die Kirche. Ja, sowas. Nee, die haben nicht Fritz gehört. Fritz ist geil. Die hören Paradiso. Das ist geil. Paradiso. Die hören Paradiso. Die hören Paradiso. 88, 8. Ja, sowas. Und dann sind wir zu 1Live gegangen. Köln. Köln. Da haben wir zusammen moderiert. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, Radio, das sind zu viele Vorgaben und zu wenig Strecke, um zu moderieren. Und meinst du nach 60 Jahren, dass das nochmal kommt, Radio, dass die einen Durchbruch kriegen? Nein. Aber ich bin auch ein bisschen gnatzig aufs Radio, muss ich sagen. Ja, komm, lass mal raus. Nee, ich finde halt, mein großer Traum war immer zum Radio zu kommen, weil ich Radio eigentlich liebe. Ja. Aber ich finde, dass es einfach, dass sie da einfach, die kriegen das nicht hin. Also lange keinen guten Radiosender. Und mein Hobby ist, wenn wir in Urlaub fahren oder irgendwo eine weitere Strecke, verschiedene Radiosender hören, die ich eigentlich nicht empfange. Regenbogen auch. Ach so. Und alle sind gleich kacke. Aber ich habe das, oh ihr habt, deutschlandweit, als ich nur auf Tour war, dachte ich, so Radio 1 ging immer. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das war, aber da sind wir sehr verwöhnt in Berlin. Ich glaube, Berlin hat die höchste Radiosenderdichte Europas. Ist so, wa? Aber ist natürlich auch, muss man mal so sagen, viel Scheiße dabei. Sehr viel Scheiße. Und ich bin durch viel gegangen. Ich habe angefangen bei KISS FM, habe ich mir ein Volo gemacht, dann bin ich zu Radio Energy, da habe ich die Morgen gemacht, dann bin ich zu Fritz, dann war ich bei 1 Live, habe aber nebenbei dann schon einen Podcast gemacht und gemerkt, ah warte mal, bei einem Podcast kann ich ja machen, was ich will und hören mehr Leute. Ja, und du hast diese scheiß Musik nicht zwischendrin. Das ist die Hölle. Und, nee, weißt du, was die Hölle ist? MA. Was ist ein MA? Na, so der Zeitraum, in der so Medienanalyse betrieben wird und die Radiosender halt ihre Reisen verlosen oder das verrückte Telefon anruft und sowas. Das ist jetzt so, wie bei kleinen Kindern, wo man sagt, morgen kommt nicht der Weihnachtsmann, wenn du nicht aufräumst und dann wird einmal im Jahr richtig aufgeräumt. So ungefähr. So ist das so? Ja, nee, lass mal nicht machen, weil das ist gerade MA-relevanter Zeitraum. Ach. So. Das ist so ein Schleimerding. Ja, das ist natürlich eher, so bei öffentlich-rechtlich ist das nicht so dolle, aber bei den Privatsendern ist das halt so. Wusste ich gar nicht, dass die dann anfangen zu schleimen. Ganz toll. Und am nächsten Tag sagen sie dann so, ja, scheiße, hier ist wieder Morningshow. Ja, so ungefähr. Morningshow, wann bist du denn aufgestanden? Naja, so um halb vier. Aber hast du keine sozialen Kontakte gehabt, oder? Nee, war richtig kacke. Ist leider überhaupt nicht mein Ding. Wann bist du denn schlafen, um 16 Uhr? Ungefähr, ja. Boah, ist doch scheiße. Wie lange hast du die gemacht? Nicht lange, nur ein Jahr oder so. Aber weißt du, Morningshow ist ja so das, wenn du erstmal so in dieses Radiogefüge reinkommst, machst du Praktikum, Wohle, kriegst du die erste Sendung, hast einen Sonntagmorgen von 6 bis 12, dann merkst du halt so, ah, aber die Morningshow-Moderatoren, die werden besser behandelt, die kriegen mehr Kohle. Das ist ja so ein bisschen die Primetime im Radio. Das, was so 2015 im Fernsehen ist. Das wird richtig übel gerade, wenn ich daran denke, ich muss um halb vier aufstehen. Ja, mir ist immer, ich hatte ja jeden Tag Bauchschmerzen, hab ja Morbus Crohn da gekriegt, bin ja jetzt darmerkrankt neuerdings. Ist alles beim Radio passiert? Ja, vor ein paar Wochen hab ich das rausgefunden. So, war ich schön im, hier Charité war ich gewesen, 18. Etage. Und was ist das denn? Was heißt das? Magenschmerzen oder? Ja, auch mal hier und da einen kleinen Durchfall zwischendrin. Durch Morningshow? Nein, nicht durch Morningshow, aber ich glaube, dass da viel Stress so passiert ist in den letzten Jahren und das hat sie alles jetzt auf meinen Darm niedergeschlagen. Und wenn du jetzt um 22 Uhr noch wach bist, fängst du an zu weinen, weil du denkst, das gibt ja eine Welt nach 16 Uhr, das wird ja abends dunkel, wusste ich gar nicht. So was? Nee, ich hab das vergessen, ich hab das vergraben, die Zeit, tief vergraben. Puh, Schreck, würde ich nicht machen. Nee, würde ich auch nicht machen. Musstest du denn auch immer so übertrieben gut drauf sein, Maus? Da könnte ich immer aufstehen und in den Sender fahren, den in die Fresse hauen, weil ich denke, ey, kein Mensch ist doch morgens um 5.30 Uhr gut gelaunt. Keiner und ich auch nicht. Und ich war ja nicht nur einfach, dass es früh war, sondern ich war auch noch eine Frau und ich war Sidekick von einem richtig Mann. Heißt, ich musste über die Witze lachen von diesem Mann. Waren die gut, Kurt? Nee, natürlich nicht. Wetterfee war ich ja, das durfte ich machen, Wetter. Mann, welches Alter? 55? Nee, so in den 40ern, so weißt du. Nee, ist nicht lustig, sag dir jetzt schon, Musik gar nicht reinhören. Nee, kannst du auch gar nicht mehr reinhören. Und dann musstest du sagen, du bist ja drollig, ist ja richtig Kerst, der Spruch gewesen. Ich hab das gehasst, ich hab das gehasst. Ach schön. So ein bisschen sexistische Witze hier und da. Klar, ja. Und das war aber nicht vor 40 Jahren, sondern vor? Fünf. Vor fünf Jahren, okay, hat sich ja viel geändert beim Radio. Nee. Genau, ich hab dir was mitgebracht, lieb, dass du fragst. Ach so, stimmt, ja. Ein Handy, ein goldenes iPhone. Genau, ein altes iPhone. Nee, ich hab dir was mitgebracht, weil das ist eine nachhaltige Sache. Hab ich gedacht, das kann man immer gebrauchen. Und man darf ja nur bis 5,99. Ja. Und ich bin ja, pass auf, warte. Ist das jetzt nur ein Öko-Beutel oder ist da auch was drin? Nee, da ist auch was drin, aber es geht mehr darum, was da drauf ist. Hab schon Angst gehabt. Nee, ist schon eigentlich nur ein Öko-Beutel. Jute-Beutel. Also, pass auf, ich habe elf Jahre hier in Berlin gewohnt. Ja. Komme aber eigentlich aus Parchim im Mecklenburg-Vorpommern. Parchim. Kennst du? Schön. Das ist eine schöne Geschichte. Parchim. Und ich bin wieder zurückgezogen. Nach Parchim? Nach Parchim. Wie weit ist Parchim nochmal? Von hier so? Dreiviertelstunden, oder? Na. Ö. Eierinhalb. Eierinhalb. Eierinhalb ist ja Ausland. Sprechen die noch Deutsch in Parchim? Die sprechen so mecklenburgisch halt, ne? Ach geil. Sehr breit. Ja. Und ostig. Was ist ostig? Ja, so ein... Plaste. Plaste. Plaste, Plaste. Morgen wird Plaste abjubelt. Hast du Plaste rausgebracht? Plaste, Kaufhalle. Pull-Under. Sowat. So, okay. Und jetzt bist du da wieder hingezogen? Ich bin da wieder hingezogen und ich bin in die Touristen-Formation gegangen, zum ersten Mal in meinem Leben in Parchim. Ja, Parchim. Parchim. Und habe dir, habe mir gedacht, da kann man immer mal eine Funflasche reinmachen, wenn man mal in eine Kaufhalle geht, in Konsum geht. Kaufhalle ist auch ostig, wa? Ja, voll sau. Das ist Konsum. Konsum. Eine Kaufhalle. Deswegen habe ich dir einen Parchim-Beutel mitgebracht. Ach, schön. Stadt Parchim steht da drauf. Und da ist ein Rathaus drauf. Das ist ein Rathaus. Ein Riesenrad. Beim Martini-Markt ist der immer einmal im Jahr. Der Rad? Der Martini-Markt. Das ist so ein großer Jahrmarkt. Martini zum Saufen? Wegen St. Martin, weißt du? Ach so. Im November. Ich dachte, James Bond ist da drauf. Und da drin, weil der hat nur 4,99 gekostet, also hatte ich ja noch einen Euro. Krass. Jetzt kommt aber der Knaller. Was haben sie denn für einen Euro? Hier. Jetzt kommt's. Ist ein Schlüsselanhänger geworden? Ja. Mit Räuber-Feeting. So. Das ist Räuber-Feeting. Räuber-Feeting ist das Maskottchen von Parchim. Der Ost-Räuber-Hutzen-Plutz. So. Der hat ganz viele Menschen getötet und sowas alles. Ach, schön. Und den hab ich jetzt als Schlüsselanmörder. Und der läuft auch immer so verkleidet halt auf dem Stadtfest rum und macht. Und ermordet die Parchim. Und ermordet mit den Kindern zusammen so. Ach, der ist kinderlieb, ja? Der ist kinderlieb. Dass der mit Kindern andere tötet. Der ist kinderlieb. Ach toll. Nee, den ist ja noch nicht. Und wenn du das googelst, dann lass es doch zu und verschenk es irgendwen weiter. Mein Gott. Nee, das häng ich mir. Häng ich mir in Spiegel. Parchim.de. Die haben eine eigene Seite sogar. Eigene Seite. Und wenn du Räuber-Feeting googelst und auf einen Wikipedia-Artikel kommst, hab ich den geschrieben. Du? Mhm. Was hast du denn mit Mördern zu tun? Oh, jetzt ist mir das in Schritt gefallen. Ich hab eine Ausbildung gemacht in der Stadtbibliothek Parchim. Und eine Aufgabe war, einen Wikipedia-Artikel zu schreiben. Und da hab ich den über Räuber-Feeting geschrieben. Und dachte mir so, das war so gut krömer. Ich hab noch nie von dem gehört. Aber er sieht aus wie Räuber-Hotzenplatz. Aber es ist Räuber-Feeting. Toll. Und es gibt auch noch die Feetingshöhle. Da kann man auch mal eine Fahrradtour hin machen zum Beispiel am Wochenende. Sehr verständlich. So was. Gibt es auch einen Feeting-See, wo man Enden füttern kann? Nee, aber einen Wocker-See. Wocker? Wocker. Wocker, Wocker. Mhm. Okay. Aber danke. Ja, gern. Weil das ist jetzt ein Geschenk. Viele, bei vielen hat das für diejenigen hier um eine Ecke eine Tanke und sagen, gib mal was für ein Fünfer und dann holen die das. Aber hier ist ja richtig. Da steckt eine Idee. Da kannst du ja einen Film drüber drehen, wie du in Parchim diese Sachen gekauft hast. Also Grüße nach Parchim. Nicht, dass die denken, wir verscheißern die hier. Nee, machen wir nicht. Hast du eigentlich was gelernt? Ja. Was denn? Ich bin Bibliotheksassistentin. Was ist das denn? Das ist nicht Bibliothekarin, weil das musst du studieren, sondern der Ausbildungsberuf dazu. Bibliothekarin? Muss man studieren? Ja. Wie, was denn da? Die Nummern hinten auf dem Buch oder was? Ja, so genau weiß ich das ehrlich gesagt. Alphabetisch sortieren. Wie lange willst du studieren? A, B, C, Katze liegt im Schnee. Musst du doch können. Bin ich hochbegabt oder was? Glaub ich auch. Wusste ich gar nicht. Und die Assistentin ist die, der der Studierten die Bücher einräumt? Ja. Eigentlich habe ich das gleiche in der Ausbildung gemacht, wie die Frauen, die da gearbeitet haben und das Studium hatten. Aber naja. War sehr langweilig. Es war sehr, sehr langweilig. Aber Bibliothek ist schon geil, weil ich weiß, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal da war. Ich liebe Bibliotheken. Aber die Ruhe, die da ist, ist so herrlich. Auch diese, wenn einer quatscht, das gleich. Pssst. Das ist so herrlich, wo man weiß, hier halten alle die Fresse. Ja. Und ich mochte das, weißt du, was ich auch mochte? Es war oft so, dass Leute kamen, die schon so lange überzogen haben ihre Medien. Das kenne ich auch von früher bei mir. Ich auch. Oh, weil ich dachte immer als Siebenjähriger, ich muss dann in die Fängnis oder so. Genau, aber. Dann haben die gesagt, kostet 2,80 Mark, 3 Monate nicht abnehmen. Als Bibliothekarin oder Assistentin hast du schon die Hoheit auch zu entscheiden. Ja. Das stornieren wir, alles gut. Das habe ich immer gerne gemacht. Kamen da auch Kinder dann? Ja. Der Horror für mich. Ich dachte echt, ich muss in die Fängnis. Wenn ich wirklich abgebe. Ich wollte, also eigentlich hätte ich das schon vor drei Wochen. Ja. Also, weißt du so. Das storniert doch. Und was kostet das denn drei Wochen heute, nicht die Bücher abgeben? Ich glaube, so eine Woche 1,50 oder so. Das war bei uns drei Monate. Aber ich habe wirklich gedacht, ey, das ist, die reißt mir im Kopf ab. Und dann komme ich ins Kindergefängnis, bis ich erwachsen bin. Und dann sagt der Richter, nee, das muss noch mal zehn Jahre länger bleiben. Das geht gar nicht. Dann fickst du ein Foxy-Buch da drei Monate nicht abgeben. Und dann fing das an bei mir, dass ich gesagt habe, weißt du was, mach ich morgen. Und das hat sich durchgerettet durch mein ganzes Leben, dass ich heute noch sage, wenn irgendwas unangenehm ist, dass ich sage, naja, das kann man ja auch morgen machen. Weißt du? Nochmal richtig gut durchdenken und dann mach ich das morgen. Mach ich morgen, ist mein Lebensmotto. Ist so, wa? Mhm. Kann sehr gut Dinge aufschieben. Kannst du verdrängen? Kannst du richtig verdrängen, dass du Sachen, also dass dein Gedächtnis, dass das nicht mehr existiert. Dass einer vor dir steht und sagt, ich bin's. Und du, wer bist du? Peter, ich bin's. Peter Zwegert. Peter Zwegert. Was macht eigentlich Peter Zwegert? Gute Frage. Ist in eine Schuldenfalle selber getappt. Ich hatte mal ganz doll Schulden. Ja? Wie viel? Boah, tausende. Richtig, wie viel? Richtig, ich weiß, nee, so viel nicht, aber 5.000 oder so, aber für mich war das total viel als, und zwar in den ersten Jahren, als ich hier in Berlin angefangen habe zu leben. Das hat alles nicht so gut geklappt für mich. 5.000 kann richtig scheiße sein. Und ich hatte schlaflose Nächte. Und das war dann wirklich erst so mit meinen Radio-Jobs und irgendwann Podcasts, weil es war so richtig kacke mit hier Schufa und so einem Müll. Das ging alles nicht. Oh Gott, ich hatte dann, ich war bei. Fuck it. Können wir ruhig mal drüber sprechen. Bei E-Plus damals hatte ich einen Handyvertrag. Wir konnten die 8,52 Mark nicht abrufen, deswegen ist das jetzt gesperrt. Und bei uns war das, ich habe in Neukölln gewohnt, da musste ich immer rüber zum Internetcafé, da musste ich das faxen. Ach du Scheiße. Ich war dann bei der Bank, habe 8,52 Mark eingezahlt, habe diesen Überweisungsbeleg, musste es ja per Hand schreiben. Denn die Kopie nehmen, zu Aslan gehen, in Internetlanen, faxen, 50 Cent nach Potsdam zu den Pennern und dann zwei Tage warten und dann wurde das wieder freischaltet. Und wenn du in der Schufa warst, war natürlich der Ofen komplett aus, weil du keine Verträge mehr kriegst. Ah, Nils und ich hatten ein richtiges Problem am Anfang eine Wohnung zu finden, wegen Mein-Kack-Schufa-Einträgen. Du warst damals schon mit deinem Mann zusammen? Mhm. Geil. Wie lange kennt ihr euch? Also wir sind seit 10 Jahren jetzt zusammen. Krass. Und seit drei Jahren verheiratet. Das hört sich gut an. Ist okay. Dann kennt er dich also in der erfolglosen Zeit noch? Ja. Sehr. Das kriegst du nicht mehr hin, weißt du, ne? Wenn du jetzt nochmal einen Mann kennenlernst, bist du erfolgreich und der... Ich will nicht, ich kann das nicht. Ich möchte... Ey, ich hab Freunde... Nee, ich möchte dich jetzt auch nicht auseinanderbringen oder so. Nee, aber ich hab Freunde ab so über 30, die irgendwie single sind, die daten müssen. Und ich sag bewusst müssen. Ja. Du willst in Berlin über 30 nicht daten. Ist krass, was Berlin ist. Das ist so kacke, Alter. Da möchte ich nie wieder rein. Egal, was mit Nils und mir ist, ja, wir beide bleiben zusammen. Ich mach hier nicht noch so eine Scheiße mit Hinge und Tinder und so. Aber ihr versteht euch, das ist jetzt nicht nur so eine... Wir sind beste Freunde. Und wenn wir nur noch beste Freunde sind, sind wir nur noch beste Freunde. Ihr aber liebt euch noch? Ja, ich liebe ihn über alles, den Mann. Nils wird das vielleicht hören. Nee. Der hört das nicht. Hätte ich gesagt. Der hört dich ja schon den ganzen Tag zu Hause quatschen. Und der schneidet unseren Podcast auch noch. Ach, das auch noch? Ja. Um Gottes Willen. Weshalb? Nee, glaubt ja, nimmt sich einfach frei. Nee, das ist nämlich interessant, wenn du dann irgendwie deine Scheiße selber bezahlen kannst, dann hast du die Leute nicht mehr, also Freunde vielleicht noch, die ab und zu auch mal zu dir sagen können, Diggi, mal ein bisschen jetzt wieder runterkommen. Du kannst nämlich ja nicht über Wasser laufen, kannst du ja nicht. Kleiner Scheißer. Das ist auch wichtig. Aber mir hat das auch gut getan, dass ich... Deswegen sage ich das meinem Team immer, dass ihr auf dem Teppich bleiben müsst. Was? Dass die auf dem Teppich bleiben sollen. Nee, kriegt das, also ehrlich jetzt, von meinen Freunden dann nicht steckt. Wenn es zufülle ist, dann wenn ich übertreibe, dann sagen die, komm auf den Teppich. Ist so, ne? Die hambeln dich. Ja. Die erden dich lebensnah. Ja, du bist ja eine Witzfigur. Echt, sagen die das dir dann so ganz ernst? Ja, klar. Und dann bist du sauer? Dann spreche ich drei Wochen nicht mit denen und dann rufe ich an und frage, wollen wir nicht mal wieder was machen? Hattest du recht. Nee, ich nehme das schon an. Tut weh, aber ist wichtig. Mhm. Ja. Möchte ich nicht missen. Also jetzt hier, dass du da nur irgendwie... Und deswegen bin ich nach Parchim gezogen. Kann ich mir vorstellen, dass die aber dann auch da so drauf sind, bodenständig. Du, neulich hat einfach so ein fremder Mann, den ich noch niemals gesehen habe in meinem Leben, gerufen. Ach, Laura. Aber im Fernsehen, in der NDR Talkshow saß du besser aus als heute. Ich war nicht geschminkt. Ja. Und da habe ich mich wieder mal gespürt als Mensch. Da habe ich mich gespürt. Aber kann ich mir jetzt vorstellen, wenn du jetzt im Parchim-Sommer am Sonntag morgens im weißen Eskaderkleid zum Bäcker gehst und sagst, kann ich mal bitte vor, ich bin prominent, dass du dann verbal eine reinkriegst. Nee, das brauche ich gar nicht zu versuchen. Aber frontal. Und das erdet. Das erdet. Parchim erdet. Das ist ein schöner Slogan für die Stadt, finde ich. Parchim erdet. Meitwegen mit Gewalt. Wir lieben Parchim. Wir lieben ja Parchim. Ich habe ja auch einen Öko-Beutel hier. Eben, Jute-Beutel und Räuber-Feeding. Das ist ja Räuber-Feeding, da bin ich nicht drüber hinweg. Ja. Das Räuber-Hautzenplatz hieß das bei uns. Ja, aber das ist ja der Ostdeutsche. Wie ist denn das jetzt eigentlich für dich, einen Podcast zu haben? Geil. Ist cool. Naja, ist ja keine Arbeit. Also ich komme mir immer ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, dass jederzeit die Polizei kommt und mich verhaftet. War ein Scherz. Weil die sagen, nee. Sie arbeiten zu wenig. Sie haben ja gar nichts gemacht. Sie sind ein Scharlatan. Wirklich? Sie setzen sich ja nur hier hin. Wir haben das jetzt gehört. Sie wissen nicht mal, wer kommt. Und quatschen dann nur. Und nach einer Stunde sind sie weg. Vier Jahre Gefängnis. Und du hast ja aber davor... Ja, genau. Weil du warst ja vorher auch viermal auf der Bühne gewesen. Ja. Und jetzt aber hier... Marc, ich mich mir zu anstrengend. Ja, weiß ich. Meistens musst du denn, bevor du am Auftritt, so vier Stufen hoch und ich schaff das nicht mehr. Pass mal auf. Ich habe aber angefangen, jetzt auf die Bühne zu gehen. Nein, na geil. Doch, doch. Ich habe meine erste Weihnachtsshow, Stand-up-Show gemacht, über den ganzen Dezember über. Ja, geil. Und mache jetzt meine zweite Tour. OKF, die Ortskontrollfahrt. Ist das der Titel für das Programm? Das ist der Titel. Und ich... Das ist quasi so... Versteht man nur im Parchim, wa? Nee, das versteht man schon im Osten. Warte, wie heißt das? OKF, die Ortskontrollfahrt. Hast du das nie gemacht früher? Was ist denn eine Ortskontrollfahrt? Ich habe ja nicht mal Führerschein. Ja, dann ist das wohl nichts für dich. Aber was ist denn die Ortskontrollfahrt? Kennst du nicht? Das machen wir immer. Haben wir immer gemacht, wenn nichts los war in so einer Kleinstadt. Irgendwer hat da halt ein Auto und dann ist man halt so einfach umhergefahren. Materia und Casper haben da einen Song drüber gemacht. Omega heißt der. Der Song heißt Ortskontrollfahrt? Nein, aber es geht darum, dass sie da in dem Song eine OKF machen. Und wie heißt das nächste Programm? Kfz-Meldestelle? HDGDL. Naja, okay. Junge Leute halt. Ich finde das ganz aufregend, dass du jetzt als... Also ich finde das mit der Tour ganz aufregend. Und du sagst jetzt aber, das ist mir zu anstrengend. Ich mache hier Podcasts eine Stunde in der Woche. Das muss reichen, Freunde. Ich habe schon überlegt, vielleicht nur eine halbe Stunde. Weißt du? Ja. Aber remote von zu Hause. Halbe Stunde remote zu Hause, halbe Stunde herkommen. Mhm. Nee, ich bin schon ganz zufrieden. Aber erzähl mal. Und was sind das für Locations? Hm, groß. Wie viel? Also die Größe ist in Düsseldorf, hier Mitsubishi Electric Music Hall. Mitsubishi Electric Hall, kenn ich. 5.000 Leute, halli, hallo. Halli, hallo. Und voll. Werden wir sehen, ne? Achso, du weißt das noch gar nicht. Weiß ich das. Erstmal die größten Hallen Deutschlands mieten und dann... Du, bei der Weihnachtstour, da ging nie gut weg. Da war die größte Location, war Tempodrom. Habe ich ja geweint, als ich auf die Bühne gegangen bin. 3.000 Leute. Weil ich sterbe. Krass. Und dann war geil. Und wie lange hast du gespielt? Wie lange ist das Programm? 2x45. Geil. Und die Leute haben's... Die mochten's. Warte mal, nochmal. Die Frauen mochten's. Waren nur Frauen da? Waren viele Frauen da. Viele Frauen und so ein paar arme Männer, die so plus eins mitmussten. Kenn ich bei mir auch. Und dann so... Du hast total gut gelauerte Frauen und schlecht gelauerte Männer neben denen und dann wusstest du immer, die hat richtig Druck aufgebaut. Hat die gesagt, ich lass mich scheinen, wenn du nicht mitkommst. Lass die zu Hause, Leute. Aber es ist doch lustig, da in so ein equilteres Männergesicht zu gucken. Und bist du darauf eingegangen auf sowas, wenn du auf der Bühne standst? Ich spreche die schon an, aber irgendwann lachen die ja auch. Aus Versehen. Also ich glaube, dass die dann nach Hause gehen und sagen, komm, war ja jetzt lustig. Ja, ja. Entschuldigung für den stundenlangen Streit. Nächstes Mal kommen wir gleich mit. Weißt du so? Ich glaube, es war Erfurt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Alte Opa. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube, es war... Ja, alte Opa, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, es war da, dass ich da ein bisschen zu gut ins Publikum gucken konnte. Ja. Und dann die ganze Zeit, ich konnte nicht mehr weggucken. Halt einen Typen gesehen habe, der am Handy war. Zweimal 45 Minuten. Ey, das... Der wollte Karten umtauschen. Der wollte gucken, wenn ich jetzt in eine Pause gehe, kriege ich dann für die zweite Hälfte die Hälfte des Tickets. Weißt du? So was. Ich finde das schlimm. Und ich habe aber gehört, ich höre ja ab und zu feelings klar, und habe gehört zum Beispiel die Folge mit Teddy, weil ich auch Teddy so liebe, fand ich übrigens sehr, sehr schön, die Folge, weil man so gemerkt hat, dass ihr euch so liebt, wisst du? Ist eigentlich gar nicht so, wir sind gute Schauspieler. Er hasst euch eigentlich. Wir hassen uns eigentlich und wir haben aber so einen Vertrag schon bei Amazon, immer wenn wir aufeinander treffen, Zähne zusammenbeißen, mit Blick auf den Check einfach, ist ja nur eine Stunde. Die fand ich aber sehr schön, weil ihr euch da auch so ganz viel über so Touren und so unterhalten habt. Und Teddy ist ja wirklich einer der witzigsten Menschen auf dieser ganzen Erde. Ja. So, ich liebe den. Ich liebe den. Alle lieben den. Natürlich. Also wer Teddy nicht liebt, muss krank sein. Ja, glaube ich wirklich auch. Also ich finde ihn wirklich unfassbar lustig. Und dass der dann erzählt hat in dieser Feelingsfolge, dass auch er so Momente hat, wo er halt so sieht, da schläft jemand in der ersten Reihe oder so. Ja, da passiert ja. Also ich meine, guck mal, die Leute gehen ja arbeiten. So, nicht wie wir. Weißt du, halbe Stunde remote zu Hause, halbe Stunde hier ins Studio kommen. Na, wir ist jetzt gut an dem Moment. Wenn der um sechs Uhr aufsteht. So, weißt du, auf dem Bau arbeitet. Ich würde auch wegnicken. Selbst wenn ich nur eine Stunde Podcast mache in der Woche, wenn ich heute ins Theater gehe, schwöge ich dir dann, nicke ich auch weg. Ja, aber so trotzdem finde ich das so krass, dass so ein witziger Mensch wie Teddy, wo ich so denke, nee, so witzig wirst du nicht werden, Laura, kannst dich anstrengen, wie du willst. Dass der auch so Erfahrungen hat, wo der so denkt, na, heute war kacke Publikum. Ja, das ist aber normal. Ist normal. Aber ich bin ja, wie gesagt, übel Pleaserin und da musst du ja auch dran arbeiten. Weißt du, dass mir das ein bisschen egaler wird. Das ist, also so eine gesunde Leck mich am Arsch haltung ist wichtig. Mhm. Weißt du? Gab es mal eine Zeit, wo du das nicht hattest? Ich hatte das von Anfang an. Ja, ich weiß, hab ich mir gedacht. Weißt du, ich hatte halt, der erste Uftritt, drei Leute, also da kannst du dann nicht durchdrehen und sagen, ich bin der Beste, läuft super, sondern das war einfach scheiße. War scheiße? Naja, drei Leute, stell dir vor, du bist jetzt, also ich wäre jetzt keine, jetzt keine schlechte Stimmung. Mitsubishi-Arena, du trittst auf und da sind drei Leute in einer Halle von 5.000. Ja, dann machst du Minus. Was würdest du denn sagen? Ach, morgen ist auch noch ein Tag, der Mika hat wieder einen Erfurt. In einer alten Opa. Der wurde da lustig. Vielleicht kommen dann fünf. Geil. Das war scheiße. Das ist natürlich, weil du, wenn du anfängst, gehst du auf die Bühne und denkst halt als junger Mann, alle warten auf mich. Weißt du, alle warten auf mich. Ich werde auftreten, drei Sekunden nur sprechen und die Leute werden schreiend verlachen und am nächsten Tag bin ich dann berühmt. Überall Titelsäte. Kurt Krömer, so wie treten. Weißt du? Und wenn du dann merkst, kein Schwein wartet auf dich. Weißt du? Du, das handelt dich. Nicht lustig. Es war ja auch nicht lustig. Naja, wenn du neu anfängst, bist du erstmal nicht lustig. Wir hatten ja auch keinen Vergleich. Heute kannst du ja, wenn du heute, sagen wir mal so 18 bist oder so oder 15 meinetwegen, dann guckst du bei YouTube, TikTok, Insta und dann hast du so einen Vergleich. Was machen andere in meinem Alter? Was sind so die Themen? Und dann weißt du, okay, in die Richtung könnte ich jetzt vielleicht auch gehen oder so. Aber das kann auch negativ sein, dass du dich halt immer die ganze Zeit vergleichst. Naja, aber du merkst so, ey, da sind nur andere Leute, die haben auch Bock. Und früher, ich meine, als ich Ufi drehte und bin jetzt erzählt, Opa vom Krieg, gab es nicht mal Comedy. Also den Begriff Comedy gab es ja nicht. Es gab ja auch keinen Comedy-Club. Komiker, hat man dann gesagt, oder was? Komiker, ja. Deswegen nenne ich mich bis heute Komiker, weil ich sage, mit Comedy tut mir leid, Freunde, damit habe ich nichts am Hut. Ich bin ein Komiker. Und hast du das immer, oder ist das nach, also bis zuletzt, immer alleine alles geschrieben? Ich hatte mal Autoren, die sollten für mich schreiben, mit denen habe ich mich dann getroffen und dann haben die einen Text geschrieben, den ich dann zu 98 Prozent rot durchgestrichen habe und gesagt habe, pass mal auf, ich verändere da leicht was. Und zum Schluss habe ich es halt selber gemacht. Also dieses Schreiben, ich habe gemerkt, ich kann keinem Autor, ich kann vielleicht einem Autor sagen, schreibt mal mal eine Serie oder einen Spielfilm oder so, aber den Krömerwitz aufzuschreiben ist, wenn du das, also wenn du das, was ich auf der Bühne mache, aufschreibst, so und das jemandem zeigst, ich glaube nicht, dass das lustig ist. Ich glaube schon, dass du meine Fresse dazu brauchst irgendwie, das ganze Äußere. Dein Dialekt und wie du sprichst. Die Leute im Publikum, die dann alle gucken und eine Erwartungshaltung haben, die dann vielleicht nicht erfüllt wird und dann wird es lustig. Aber du schreibst, hast es für dich selber schon aufgeschrieben. Das war schon für dich ein Programm, was du dann auch geübt hast. Ich habe ja eine Stufe geschrieben. Hör auf. Ich habe so Headlines gehabt, dass ich jetzt sage, ich nenne mir mal einen Begriff jetzt irgendwie. Etagiere. Etagiere, genau. Dass ich dann sage, auf ein Blatt Papier draufschreibe Etagiere, dann bin ich aufgetreten und dachte, jetzt steht hier Etagiere, dann lass dir mal einfallen, was dir dazu einfällt. Krass. Und dann machst du das. Das heißt, keine Show war wie die andere? Irgendwann schon. Also irgendwann reproduzierst du das ja. Also du sagst Etagiere, du sprichst zehn Sätze, sagen wir mal, fünf davon sind scheiße, fünf davon sind gut. Dann machst du am nächsten Tag nur die fünf, die gut waren und irgendwann hast du eine Geschichte von fünf Minuten, die heißt die Etagiere und dann kannst du die jeden Abend gleich machen. Krass. Fand ich gut. Aber aufschreiben ist, also für mich ist das nicht meins. Du schreibst das auf? Ich habe das aufgeschrieben, aber habe dann auch versucht, das auswendig zu lernen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Und dann merkst du beim Aufführen, das ist wie so ein vierjähriges Kind, was ein schlechtes Weihnachtsgedicht aufsagt. Und habe dann aber schon so gemerkt, dass sich das dann von Auftritt zu Auftritt die Geschichte auch mal ein bisschen verändert hat. Dann habe ich die mal ein bisschen anders erzählt. Ah, da habe ich die nicht so schön erzählt. Erfurt war wohl nicht so gut. Wieso? Nein. Nur als Beispiel. Alte Opa, diese pupige Garderobe mit diesem Plüschsofa, wo du denkst, Oma ist die Sturm und ich habe die Einrichtung geerbt. Hast du eine Lieblingslocation? Achiralspalast Berlin war ich immer gerne und in der Leißhalle in Hamburg. Da werde ich auch auftreten jetzt. Geil, die ist gut. Die ist gut, ja. Überall. Du musst, wenn du jetzt noch Tickets verkaufen willst, musst du sagen, ist natürlich überall schön. Auch in Zweco, in der alten Welt zum Beispiel. Und das ist nicht so gut, oder was? Nee? Es gibt so Städte, wo ich dachte, Gott sei Dank, trete ich hier nur auf und danach fahre ich wieder weg. So Städte gibt es viele, wirst du alle kennenlernen. Findest du, es gibt einen Unterschied zwischen den ostdeutschen Städten und den westdeutschen Städten im Publikum? Nee. M-m? Na gut. Habe ich nicht, nee. Also das ist ja deine Aufgabe auch. Also wenn du jetzt auf der Bühne bist, deswegen finde ich das immer blöd, wenn einer sagt, das Publikum war scheiße oder schlecht. Weißt du, das ist deine verfickte Scheißaufgabe, die zum Lachen zu bringen. Und wenn die nicht lachen, ist das deine Schuld. Gut, das schreibe ich mir nochmal auf. Schreib dir das bitte auf. Ich würde nächste Woche dich nochmal anrufen und dann abfragen. Und jetzt aber Podcast. Aber mach dir keinen Druck. Jeruf, genieß das. Ja, ich gehe da rauf. Ich bade. Die Leute kennen dich ja auch. Du bist ja durch den Podcast bekannt. Das heißt, wenn die dann in der Halle sitzen, wissen die ja, was kommt. Aber weißt du was? Dann freuen die sich ja. Soll ich dir mal was sagen? Das stört mich fast, was meinen Anspruch angeht, weil ich das natürlich, wie würde ich das sagen, ich mich besser finden würde, wenn ich nicht den Vorteil hätte, dass da Leute sitzen, die eh jede Woche hören diesen Podcast. Aber es ist was anderes. Und wenn auch jemand lacht, der das noch gar nicht kannte, diese Frau da auf der Bühne. Ja. Wenn der dann sagt, das hat mich jetzt aber über... Hätte ich nicht. Podcast kenne ich gar nicht. Überraschung. Wenn der so laut reinschreit, Chapeau Madame, hätte ich jetzt nicht gedacht. Weißt du so. Ist ja richtig lustig hier. Stell mal vor. Ja. Finde ich schon noch fast noch ein bisschen schöner. Naja. Das ist schon ganz... Also wenn du so groß spielst und du spielst und du spielst vor 5000 Leuten und du weißt, sagen wir mal 4500 kennen dich, der Rest nicht, dann ist das schon ein Vorteil. Also wenn du erfahren musst vor 5000 Leuten, dass sie dich alle scheiße finden. Ja, das wäre traurig. Das wäre, da würdest du ganz schnell denken, ach, wäre ich doch bekannter. Würden doch alle, die kommen, wissen, wer ich bin, weißt du? Aber ich werde ein bisschen noch was ausprobieren am Material. Das habe ich bei der Weihnachtstour nicht so gemacht. Aber da habe ich natürlich Schiss vor so kleinen Locations hier irgendwie, Monkey Room in Berlin oder sowas. Mehringhof war ich immer, Mehringhof Theater. Ist aber lustig. Ist was ganz anderes, weil das sehr klein ist, sehr intim. Viele Witze fliegen dann auch raus, weil die gehen halt wirklich nur in diesen kleinen Locations. Aber ich fand es immer lustig. Würdest du empfehlen? Immer, ja. Naja, gut. Aber Podcast mache ich trotzdem weiter. Das sage ich dir. Naja, klar. Und du auch. Ich auch. Könntest du vorher noch einen zweiten Podcast machen? Wenn ich jetzt gegen Podcast, dann mache ich ja gar nichts mehr. Mach doch noch einen zweiten. Warum? Crime. Oh, nee. Nee, habe ich Angst vor. Verstehe ich. Ja? Ich kann auch nicht. Ist das? Also haben das andere auch? Nee. Bin ich der Einzige oder was? Na, wir beide. Ich muss doch mal Benjamin Blümchen reinhören. Vielleicht hat da auch Angst. Dann kann es sein, dass ich Angst habe vor Hörspielen. Stimmt. Kann auch sein. Eine Hörspielphobie. Nee, aber so, wir hatten das Thema schon, wenn man über einen Mord spricht, der wirklich passiert ist. Das ist, finde ich. Also mir jetzt einen Krimi anzugucken, finde ich geil. Dann können die sich da zehnmal den Kopf schießen, alle an sich die Gliedmaßen abtrennen oder so. Dann weiß ich, okay, Fiktion ist ein Film. Alle klar. Weg. Weg. Aber wenn ich weiß, der Typ rennt vielleicht da draußen noch rum. Das ist eklig, ne? Ich kann das auch nicht, aber ich finde es krass, was für Arbeit ihr da reinsteckt. Vis-a-vie. Ja, vis-a-vie. Vis-a-vie, die mit ihr erzählt hat, dass die da mit einem Messer bei sich im Haus rumrennt. Da dachte ich. Hat sie gesagt? Ja. Sie hatte mal Angst gehabt und ist dann mit einem Brotmesser durchs Haus gelaufen. Ich dachte, hört auf. Weil sie so tief in den Fällen drin ist oder was? Auf jeden Fall oder was, wo sie gesagt hat, da hat sie jetzt ein bisschen Angst. Ach du Scheiße. Ja, siehst du. Ich bin nach Hause gekommen an dem Tag. Ich schwöre. Ich habe erstmal geguckt, wie lang mein Brotmesser ist. Und? Ich habe richtig so ein Schlachtermesser. 35 Zentimeter. Also da hätte ich schon ordentlich Schaden anrichten können. Meinst du, du könntest zustechen an so einer Situation? Ich frage mich das manchmal. Wenn dich einer bedroht? Mhm. Ja. Ich weiß nicht. Also kommt jetzt drauf an, wenn, also wenn, jetzt sind wir schon wieder bei so einem Scheißthema. Ja, du hast aber auch Angst. Nee, ich habe Angst. Wenn der jetzt keine Waffe in der Hand hat, dann nicht. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe eine Pistole, ich richte die auf dich und sage, ich erschieße dich jetzt und du hast ein Messer in der Hand. Und du weißt, jetzt ist die günstige Sekunde, Krömer, das Brotmesser in den Hals zu rammen, weil der Schluss ist. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube. Würdest du dich erschießen lassen? Ich glaube, ja. Ich gebe schnell auf. Grundsätzlich im Leben. Das wäre dann scheiße. Du hast ja das Brotmesser in der Hand. Ja, aber. Und du sagst dann, guck mal hinter dir ein Eichhörnchen, ich drehe mich um und dann haust du mir das Messer in den Hals rein. Ich frage mich manchmal, wie ich. Und dann fällt mir die Pistole aus der Hand und dann siehst du, die war aus Schokolade. Ach so. War nur ein Scherz. Du hast mich ermordet. Ja, siehste. Vor sowas hätte ich Angst. Ich habe Angst manchmal, dass ich aus Versehen fälschlicherweise ins Gefängnis komme. Das ist eine Angst vor mir. Ja? Mhm. Also. Gibt doch manchmal so Fälle oder auch Filme. Also durch, zu, also wo jetzt. Jördis Triebel zum Beispiel war es eigentlich. Ist auf Kamera zu sehen. Ja. Sagen aber alle, nee, das war Laura Larsson. Die Kurt Krömer mit dem Brotmesser in den Hals. So, aber eigentlich war es Jördis. Ja. Jetzt sehen wir uns aber aus Versehen ein bisschen ähnlich. Sagen alle, Jördis sagt, nee, das ist doch Laura Larsson gewesen, sagt Jördis. Ja. Und dann komme ich ins Fremmer vor. Jördis hat mich ermordet, ruft dann die Polizei an und sagt, das war die Larsson. So. Fremmer vor. Und dann bist du, wie lange kriegt man? Was ist denn das? Nee, weil, wenn du mich aus, wie, was ist denn das, wenn ich jetzt, du hast mir das Messer in den Hals gerahmt, weil ich dich töten wollte, dann ist das ja kein Mord. Aber war ja aus Schokolade gewesen, die Pistole. Kannst du ja nicht wissen. Nee, kann ich nicht wissen. Aber trotzdem kriege ich irgendwas. Irgendwas werde ich wohl kriegen. Mit Eierlikör. Also Jördis eigentlich. Davor habe ich so Angst. So dieses Machtlose und du, aber alles spricht gegen dich, weil ich hatte kein, ich hatte kein Dings, wie heißt das? Das, wenn man, das, habe ich gesucht, das Wort, hatte ich nicht und dann bist du da im Gefängnis, Einzelhaft, was Schlimmes irgendwie und dann wirst du, drehst du durch, weil alles gegen dich spricht. Und alle dissen dich und sagen, ey Kurt Krömer, wir haben den alle geliebt, du Schwein. So, sie hat ja den Kurt, der hatte eine Schokoladenpistole in der Hand, ja. Feelings können wir nicht mal hören. Du weißt doch, wie er war, der Spinner. Stell mal vor. 18 Mal hast du den Hals gestochen, aus Notwendigkeit. Du krankes Schwein. Das ist traurig. Und ich würde immer sagen, aber es war doch die Jördis. Die Jördis wird das immer, wenn ich... Nee, die Jördis, weiß ich nicht, die würde weiterdrehen. So. Große Erfolge feiern. Das sind so innere Ängste. Wir müssen uns bei allen Leuten aus Parchim entschuldigen. Wieso? Und bei Jördis Triebel nachher. Ja? Ja. Ich liebe die. Ich liebe die auch. Die war ja auch hier bei dir schon. Ja, da habe ich auch vergessen, denn zu sagen, ich liebe dich, du bist die Beste. Da kam das rüber, als wenn ich einen schlechten Tag hatte. Hast du ihr nicht gesagt? Hab ich. In der Pause. In der Pause, hatten wir nicht drin. Ich liebe dich, Jördis Triebel. Die ist super. Die ist wirklich richtig super. Er mordet mich ruhig und schiebt es denen auf die Lasern. Aber ist das wirklich eine Angst? Ja, greif zu. Benimm dich. Hast du nicht mal so, ich habe immer vor dem Einschlafen so Gedanken. Entweder manchmal für das, was ich mich schäme, ganz doll. So ein peinlicher Moment. Was werdet? Zum Beispiel, habe ich neulich auch im Podcast erzählt, dass ich mal mit dem Fahrrad die Straße runtergefahren bin nach der Schule. Und dann hat mein Schwarm, oder wie ich zu der Zeit noch dachte, Schwan. Mein liebes Schwan. Der hat so Flyer verteilt. Ist so ein Buch von Schätzing, ne? Der Schwan. Der Schwarm. Der hat Flyer verteilt. Für eine Party. Und ich dachte, das ist mein Moment. Das ist ja mein Schwan. Und jetzt werden unsere Blicke sich, naja. Ich habe jedenfalls versucht, während des Fahrens mit einer Hand den Flyer zu nehmen. Ach Gott. Und habe mich überschlagen. Alle haben geguckt. Er hat gelacht. Alle haben gelacht. Ich habe gelacht. Aber eigentlich habe ich geweint. Wenn es weht hat auch. Und manchmal denke ich daran. Vor allem einschlafen. Ist das wirklich passiert? Ist das passiert. Achso, okay. Hast du nochmal Kontakt gehabt? Oder hat der gesagt, also mit der möchte ich nichts mitzunehmen? Da kann ich gar nicht mehr hingucken, hat er sich gelacht. Auf Lebenszeit. Ich blockiere die. Die ist einarmig vom Fahrrad gefallen. Und sowas denke ich manchmal, weißt du? Wie lange ist denn das her? Ganz lange. 20 Jahre. Ja? Mindestens. Aber der hat doch bestimmt gelacht. Für den ist das doch abgeschlossen, das Ding. An sowas denke ich. Oder hast du den ermordet? Ja, das hat den ermordet. War das der Mann, der da tot aufgefunden worden ist? Ein paar Schienen mit einem Messer im Hals? War bestimmt die Jerdes. 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 Ja, an sowas. Oder halt, stell dir mal vor, ich komme jetzt ins Gefängnis. Das ist ja furchtbar. Und dann spinne ich mir da schon zurecht und so. Ja? Ist das gesund? Nein. Glaub nicht. Nee. Ich denke manchmal, bevor ich schlafen gehe, an doofe Menschen, mit denen ich mal was zu tun hatte. Ich auch. Dann bin ich froh, dass ich die nicht mehr sehen muss. Kennst du das? Mhm. Wenn du mit einer Freundin oder auch mit einem Kumpel oder irgendwelche Menschen, mit denen man zu tun hatte, Scheiße zu tun hatte und dann hat man sich irgendwie getrennt, hat die gesagt, verpiss dich, leck mich am Arsch. Und dann sind die aus deinem Leben weg, schon seit Jahren. Und dann denke ich an solche Leute und denke, wie schön das ist, dass ich die Hackfresse nicht mehr sehen muss. Und das denke ich nicht. Und dann schlafe ich ein. Aber das ist gut. Ich denke dann, ich denke auch viel an diese Leute, zu viel, wie ich gerade merke. Und dann denke ich, dann mache ich Monolog, wie unter der Dusche. Monolog, was würde ich denn heute noch sagen? Nein, du musst abschließen. Was würde ich denn heute noch mal sagen? Nein, du musst abschließen damit. Kann ich gut abschließen. Nee. Bist du auch nachtragend? Nee, gar nicht. Weil einer sich... Also wenn ich jetzt sagen würde, zum Schluss die Lasten war, da hatten wir jetzt einen Nabbus weggefressen und du würdest das jetzt hören, dass du denn saß, 30 Jahre später noch, das ist doch eine Unverschämtheit. Zwei Stück habe ich gegessen, der Penner. Nee, ich bin überhaupt nicht nachtragend. Nee? Ich verzeihe viel zu schnell. Ganz, ganz schnell. Was ist denn das denn? Wenn einer so sagt, der kann das Schlimmste getan haben und dann, du, Entschuldigung, okay, das ist nicht schlimm, sage ich, das ist nicht schlimm. Kann jedem mal passieren. Ich sage auch ganz oft, also entschuldige ich mich, obwohl ich wirklich gar nicht schuld bin. Ja. Einfach, damit der Streit vorbei ist. Auch nicht gut. Mhm. Heiko schon mal gemacht. Hast du schon mal gemacht? Ja, und dann ärgere ich mich und denke, hä? Er war doch schuld. Bin ich doof? Nee, nicht du, John. Ich habe jetzt nur in deine Richtung geguckt. Hätte ich sie jetzt angeguckt, dann hätte sie, das geht gegen sie. So ging es einfach gegen dich, aber du weißt, wie ich das meine. Ja, ich muss noch viel lernen. Wieso? Du bist doch, wie alt bist? Darf ich fragen, wie alt du bist? Naja, was würdest du schätzen? 23. Nein, sag mal. Weiß ich nicht. 32. 35. Na, siehst du. Wie ich dich schätzen kann, wa? Ich gehe auch auf 40 zu. Ja. Mit großen Schritten. Ich gehe auf die 80 zu. Ja. Denkt man gar nicht, wenn man nichts so sieht, ne? Nee, naja, wegen dem Licht hier. Ja, du bist ja richtig. Ich bin heute wieder im Podcast. Wichtig, Einleuchtung beim Podcast. Gut. Wir hatten, ich muss, ich wurde angesprochen, ich verliere den Faden immer. Ist das so? Ich habe genau gesehen, wie du lachst. Ich dachte, dafür ist ein Podcast. Also, eine Freundin von mir hat gesagt, ich habe da reingehört, das ist ja fürchterlich. So? Ja. Hatte ich das touchiert? Nee, ich dachte dann, weil ich es ja selber nicht höre, weiß ich nicht. Ich verjässe es dir auch immer. Weißt du, wenn du jetzt gesendet worden bist, habe ich ja schon wieder vergessen, ob ich dir ins Wort die Falle bin oder einen Faden verloren habe. Da ist es gut, wenn du zu zweit immer zusammen bist, wa? Wie jetzt mit deiner Partnerin. Partner, ja. Nee, mit dem Partner. Mit Simon. Weil dann ist man eingespielt. Liebe Grüße an Simon Dömer, dem ich sehr oft ins Wort falle. Dömer? Dömer. Dömer? D-E-Ö-M-E-R. Dömer? Mhm. Dömer ist ein schöner Name. Simon Dömer. Und was ist jetzt noch? Du gehst auf Tour. Ja. Und das war es denn? Podcast Tour? Tour Podcast? Bis zur Rente? Naja. Oder was kommt noch? Ich sag mal so. Ich bin ja natürlich noch. Musical. Mein Leben als Musical. Ich will natürlich. So der beste Titel ist ja wie Lauras Stern. Laura Larsson. Laura Larsson. Laura Larsson ist ja wie Kurt Krömer. Das war mein Leben. Als Musical. Mit 36, das war mein Leben. Naja, klar. Haben wir eine andere Studie gemacht mit, weiß ich, 25 Euro Biografie spielen. Ich kann Musical überhaupt nicht. Ich bin überhaupt, ich hab's mehrmals probiert, ich bin echt kein Musical-Fan. Ich find das richtig ätzend. Muss ich dir zustimmen? Ja? Ja, weil ich dachte gerade, eigentlich traurig. Also nicht, dass ich nicht wertschätze, was die Leute da auf der Bühne können. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mal beim Musical, ich war früher, als ich noch in Hamburg gespielt hab, ganz am Anfang, im Schmitz, war ich immer in einer Kantine von Cats. Und das war so lustig, weil ich bin hinten rein und dann haben wir da immer frei gesoffen und dann war so eine Kantine unten im Keller und da waren lauter Katzen halt, weißt du? Katze hat Spaghetti Bolognese hessen, eine Katze schönes Weizenbier. Die waren alle schon fertig gestylt? Ja, ja. Und dann kam immer über Mikrofon, über Lautsprecher, Katze 47, Auftritt. So, dann war die eine Katze weg, fünf Minuten, kam wieder zurück, ein Weizenbier noch, es war lustig. Ich lieb sowas. Aber ich hab Katze, ich hab das nie gesehen auf der Bühne, nur die besoffenen Katzen da in der Kantine. Immer wenn ich grad in der Story dann drin bin und die noch reden, dann fängt plötzlich wieder einer an zu singen und das macht mich fertig. König der Löwen. Das ist mir zu viel. Ich kann Musicals nicht, auch wenn ich das krass finde, was sie da machen auf der Bühne. Kannst du ja trotzdem dein Leben verkaufen. Muss da nicht hingehen zur Premiere. Was, wer soll das denn kaufen, mein Gott? Ja, alle. Nee. Ist das nicht so ein Ziel? Das kauft doch keiner. Ich frag dich gerade, ob ich hingehen würde. Zu Laura Lars von Musical. Nee, Kurt Krömer, das Musical. Also wirklich auch, weiß ich nicht. Mit einer Tüte über dem Kopf vielleicht, wo drauf steht, ich bin nicht Kurt Krömer. Ich würde gerne nochmal Fernsehen ausprobieren. Geil. Weiß aber nicht, ob ich das bereuen werde. Als du vorhin da gesagt hast, dich hässlich geäußert hast über das Radio, da dachte ich, ach du Scheiße, das ist gegen mir genauso mit dem Fernsehen. Ja. Weißt du, RBB ist ja auch, Fritz ist ja RBB. Ich hab immer, ich sag das bis heute, dass das Radio Fritz und Radio 1, also da ist Radio das bessere Fernsehen. Ich fand die Entscheidung bis heute, die Sendung, die die da machen, finde ich mutiger, besser als das, was RBB Fernsehen zum Beispiel macht. Und da hatte ich das auch so, dass ich dachte, ich liebe das doch hier. Ich liebe doch Fernsehen. Weißt du? Und diese Entscheidung, die da getroffen werden, ich könnte kotzen immer. Kackend langweilig. Ja. Deswegen, wo willst du denn hin? Also wenn du jetzt einen Sender hättest, wo du sagst, da geh ich jetzt hin. Was ich da machen würde, meinst du? Nee, welcher Sender? Na erst mal. Gute Frage. Also. Servus TV gibt's nicht mehr. Das ist, der ist raus. Astro TV, da hab ich mal ein Praktikum gemacht, Astro TV. Hast du? Ja. Mein erstes Fernsehpraktikum. Und? Da muss ich immer die Tarotkartenfrauen verkabeln. Das ist jetzt gar nicht so, dass das dann nur Betrüger sind, bestimmt. Nur, ausschließlich, um ehrlich zu sein. Meinst du? Ich weiß es. Wirklich? Ja. Du guckst ja manchmal acht Stunden und denkst, nee, die sind ehrliche Menschen. Nee, nee. Du guckst auch die Steine denn immer. Dann wird schick an den Steinen am Vollmond. Habt das Gefühl, dass das besser wird? Die werden übrigens bei Nanunana gekauft und sehr teuer bei Astro TV Shop verkauft. Weißt du, dass da Betrug ist? Dass die betrügen im Endeffekt? Also Astro TV könnte ich mir vorstellen. Nee, jetzt mal ernsthaft. Du bist 35 Jahre alt. Also wenn ich jetzt ganz unrealistisch denken darf. Nee, einfach so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen müsste, wenn ich mir vorstellen würde, wo ich nochmal Fernsehen machen würde, weiß ich nicht. Jetzt nicht, weil ich hier arbeite, ich würde Amazon sagen. Kein Fernsehen ist ein Streamer. Ja. Da geh ich mit. Und Fernsehen, weiß ich nicht. Wäre bei mir pro sieben. Pro sieben. Ja. Ist so, wa? Ja. Weil das gerade, da ist irgendwie, also auch jetzt nicht bombastisch viel los, aber da ist was los. Ja. Wen so, jetzt nochmal eine Fangfrage zum Schluss. Anke oder Teddy? Anke, tut mir leid. Boah. Ja, ich weiß. Fies. Vielleicht ist es aber, ja, tut mir leid. Fies. Aber Anke. Richtig fies. Teddy wird traurig sein. Der hat im Podcast gesagt, der hört hier eine Folge. Ja, das stimmt ja nicht. Er konnte ja nicht einen Gast nennen. Dieses kleine Arschloch. So eine Lüge. Aber ich liebe ihn. Ja. Aber Anke durfte ich auch schon persönlich kennenlernen. Die ist toll, wa? Und? Es ist wirklich, es gibt ja. Also. Du hast bestimmt auch schon in deinem hohen Alter Leute kennengelernt, wo du dachtest. Und ja enttäuscht war. Ach du Scheiße, bist du ein Arschloch. Brauchst keine Namen nennen, aber hast du gehabt, ne? Ja. Wo man wirklich nach Hause geht und denkt, ey, für mich ist was kaputt gegangen. Da zerbricht was. Aber nicht bei Anke. In dir stirbt ein Katzenbaby. Ertrinkt. In den Tränen deines Herzens. Richtig. Aber nicht bei Anke. Ist mein Vorbild. Meins auch. Ja? Ja. Okay, Laura Larsson. Ich wollte, ich hab's ihr angeboten, es nicht zu machen. Ich hab auch, also, aber sie wird jetzt alle nennen, die sie hasst. Ach so. Anke, lieben wir. Anke, Teddy lieben wir. Okay, Laura Larsson jetzt bei Feelingslux exklusiv bei Amazon Music. Ich kipp's zu, ich bin ein ehrlicher Charakter, es war abgelesen. Tschüss. Ich kipp's zu, ich bin ein ehrlicher Charakter. Ich kipp's zu, ich bin ein ehrlicher Charakter. Kurt Krömer, Feelings, ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend, Mo Anaisi. Für Wondery Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Lue. Gästebooking und Aufnahmeleitung, Wiebke Holtermann. Redaktion und Produktion, Kate Kugel. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt, Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafkomm. Er hat sich in der Hölle. Wenn du in der Hölle. Von Jonas Hafke. Was ist meine Aufnahmeleitung. Das Sounddesign ist eine große Herausforderung. Aber ich kann dir, was ich an, wie es in der Hölle. Mussteig ist, dass du in der Hölle.